hallo leute und herzlich willkommen in forest und zusammen mit its kami wir haben ja hier letztes mal diese spinnenviecher erlegt haben hier kurz ein zelt aufgebaut noch aber es war sogar offscreen genau wir machen jetzt hier weiter und erkunden mal diese höhle was sie noch so zu bieten hat ich meine ich habe mittlerweile fünf mutanten rüstung aber zuerst noch ein lagerfeuer weil das stimmt noch geht das hier im wasser ja wir machen einfach hier oben drauf ich habe glaube ich auch noch etwas essen ich tue einfach die ahnung ich ja doch ich habe noch beine ich weiß gar nicht wo wir sind hier noch weiter ich glaube dort hinten ja dort unten wo das licht ist glaube ich ja ich würde auch sagen wir können einfach dann kurz am rande entlang laufen und gucken ob irgendwo es ist auch geile beine also lecker 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 ja eigentlich schon war aber eigentlich sind es ja auch können kann man es nur einfach einwohner von hier also wo was ist das denn ein totem glaube ich wie man auch immer sagt okay ich glaube geht weiter denn hier geht es weiter ich habe den weg geht es auch weiter an dem ich bin gerade ich glaube das ist der ort wo wir kamen oh nee doch ok warte nee hä nee wo bist du denn ja okay dann würde ich sagen gehen wir dort ok komm wo die kannibalen sind haben wir ah nee warte ich muss ach ich hab oh der brennt oh nee wäre ich schon tot kann ich einfach sagen wir dauerung das finde ich noch okay so anzünden wieder schön genau mach das mal muss einfach die sounds noch mal leiser drehen es ist einfach immer noch so laut warum kann ich keine knochen hier müssen wir dann tauchen oder kann ich kann ich auch noch ein bisschen knochenrüstung machen was hast du ich kann keine aber ich habe fünf knochenrüstung jetzt und vier und fünf mutantenrüstung und sechs mal herrn ist du kannst du nicht mehr kraft habe ich dumm ach ja egal ich war gerade was du mit federn machen ach so lol okay dann endlich auch warte hier sind noch stöcke annehmen die mal mit dann tauchen wahrscheinlich hier gibt es auch schon wieder hoch wenn die nur schwimmen müssen vielleicht ist hier auch direkt alles ist das ist noch ein video wir müssen wahrscheinlich aufsprengen ja okay ich mache das sonst ist gut was war das da hinten ist mutanten wahrscheinlich da hinten ist mutanten gleich machen wir uns gleich ready ich mache schon mal pfeile oh shit ach du ach du bereit oh oh gott oh shit ja der chillt dort schon aber was könntest du das noch ausziehen so kann er hier durch oh ne kann er nicht ne er kann nicht durch ja das ist geil halt komm das war echt ja ich auch das macht der denn er dreht komplett durch ich frie oh jetzt kommt er alter was hält der denn aus wollte ich gerade sagen ich brauche dann ich brauche lagerfeuer ich friere den warm suite an ja stimmt ich hab ja hallo wir haben hier warm suite hab ich den eigentlich noch angezogen oder wo ist der eigentlich hab ich Mutantenrüstung schon genommen warte ich mach noch was hier liegen noch pfeile rum eigentlich äh wo ja hier ok warte mal ne wo ich glaube da vorne ist gleich der nächste Mutant schon halt aber wie viele Mutanten hat das hier kann ich hier Wasser nehmen wollt ihr hier kurz Wasser ne geht nicht ok warte ja ich komme ach echt hat es da oben auch noch mal ein Mutant da hinten ohja Höwes alter wie viele Mutantenrüstung haben wir dann am Schluss ja wirklich können wir am Schluss gar nicht mehr so viel mit in den wo ist denn ah hier oh lol oh shit aber der ist wirklich scheiße also der ist nicht die blauen gut also die stärkeren ja aber der ist nicht blau der ist nicht blau er ist doch blau ne ist nicht blau der die da also wenn es blau ist dann ist es wirklich blau das siehst du wirklich also das blaue ist richtig blau aber das macht Tod schon wieder ja Blut ist schon extrem oh Gott weil das springt ja richtig rum ja wirklich was komplett aus oh Gott du bist jetzt leistens reißen aber auch lang wenn man heute sagen soll ich brauche ein bisschen Pfeile du bist lecker lecker warte noch was ne okay die hier ist so ein krasses Tor ich kann gar nicht mehr mit Steine mitnehmen wollen wir aufmachen jo noch mal haben wir alles glutet haben wir alles glutet oh ne eigentlich nicht aber egal komm wir können denn nachher ja wir können ja jetzt nach wir machen die kurz fertig ich will die Axt endlich die Einer rennt weg der Andere sind noch hier okay äh lass uns doch mal looten weil ich ja aber wir müssen die vielleicht zuerst beseitigen sie sind alle down okay dann kannst du kurz anzünden können wir hier nochmal kurz oder können hier kurz zuerst looten ist hier denn noch irgendwas überhaupt ja also hier geht es glaub ich mal weiter oder ach ne da war das Loch da war das Loch lol oh lol das was wir gesehen haben ah da ist noch alles ja ich glaube wir haben alles glutet ja würde ich auch sagen okay dann können wir ja weiter Alter die Austür ich noch kurz die Leichen an ja stimmt und Knoches wie viel Knochenrüstung kann man eigentlich mitnehmen äh 10 Stück 10 Stück Alter das ist ja übel viel eigentlich schon ja ja ich kann auf jeden Fall noch viele Knochen tragen ja oder ich glaube du kannst sogar 10 Knochenrüstung anziehen und 10 Knochenrüstung nochmal mitnehmen ich hab 7 7 scheiße mit Handenrüstung ja moin und 8 Knochenrüstung das ist ja unermal stark was machen wir ziehen wir die dann an die Knochenrüstung wenn wir also wenn wir nicht mehr machen können würde ich schon sagen ja bringt uns hier sonst auch nichts oh Gott oh ich wäre fast reingelaufen das war knapp das war knapp ich bin full okay hab ich noch den Rest genommen kann ich noch eine machen ja okay ja ich hab jetzt auch 8 haben wir alles genommen ja ich glaube wir haben noch nicht okay ich geh mal weiter lol ich hab halt nur noch 11 Pfeile oh shit 11? hä? soll ich warte ich kann dir ein paar geben ja ist ähm war war ah ok ist nur ein paar soll ich dir ein paar geben äh ja vielleicht so ein paar müssen ja nicht so viele sein einfach so ein paar wie viel hast du jetzt hier ja 5 ja das reicht ja jetzt hab ich 16 ja nee warte ich kann dir nochmal geben ich kann dir nochmal geben ja vielleicht nochmal 5 ja oder 4 ehre okay ich weiß immer noch nicht warum dass ich dieses Silbertablett nicht habe aber also ich hab das ja gut looted aber ich weiß halt selber nicht genau wo das war ey ich will doch jetzt endlich den scheißbogen oh Gott ja auch für ein scheiß Junge warum geht das so weit ja wirklich alle volles krackt jetzt zusammen hier hier kann man wahrscheinlich noch runter aber ich glaub hier ist ein Roboter hier ist ein Roboter ein Roboter? ja Teil hier vom Spielzeug ach so ich dachte schon ich dachte schon da kommt jetzt so ein Roboter gelaufen so ein Mutanten Roboter quetschen ich muss dann gleich mal wieder etwas essen für oh so okay Essen geht bei mir noch klar okay ich sehe gar nichts die HP also ist es so dumm wieso so viele Türen also was haben denn hier ja ich glaub hier oh Gott hä? ist denn unten? wir sind unten? ich will doch nur den Bogen ja ja auch so oh Gott oder sind wir wahrscheinlich die ganze Zeit aber wir unten sind dann auch noch Mutanten stimmt wir konnten doch beim Einten könnten wir doch das noch den Weg nehmen ja wir müssen noch so rüber gehen wahrscheinlich oh Gott ach ja wir müssen die jetzt kurz fertig machen aber hier runter will ich ja nicht also kein Interesse ja ich eigentlich auch nicht aber wollen wir doch zurückrennen? ja lass weg oh shit oh Gott der hat mir gerade einen fetten Weg gegeben ja das ist jetzt belastend wir müssen alles wieder hoch oh Gott alter aber wo ist denn der Bogen? ich verstehe es halt nicht ich auch nicht sollte der oder ist der ja auf der Seite wahrscheinlich ja wahrscheinlich schon ja belastend weil wenn wir jetzt müssen wir halt die Hülle dann später noch einmal machen ah nee ey wir können hier noch mal runter wir können hier noch mal runter ja ja wie ist es hier noch mal vielleicht ist der Runden kann der auch sein ja ich hoffe ich weiß noch ich habe ich bin halt schon fast wieder tot ja ich auch alter die ziehen so viel Leben ab wenn du null Rüstung hast wir hatten zwar so easy eine Mutantenrüstung ganz eben aber ich will dir eigentlich sparen für den Schluss ich eben auch oh Gott hier bist du rein zu dem Wasser okay ich tauche jetzt auch mal keine Ahnung ich denke oder geht glaube ich gar nicht mehr weiter ach du scheiße wo ist denn der Bogen? alter scheiße straßig straßig ey hinten ist nix wir sind doch oben also wisst ihr da wo wir gespeichert haben respektive wie wir da losgelegt haben vielleicht ist er dort weil da gab es ja noch einen zweiten Weg oder? boah ich hab so ja stimmt ja dann geben wir erstmal der Töne hin der Töne ahja schäle ich auf jeden Fall ja ich muss aber zuerst etwas essen bekomme ich durch die Kannibalenfüße Leben dazu wenn ich die esse? wahrscheinlich nicht oder? ich glaube Leben bekommst du kommst du mich nie? oh ich habe auch keine Medikamente mehr okay was bringt eigentlich diese Schuhe? ah okay also ich würde dir ich würde dir empfehlen auch solche Schuhe zu machen weil die sparen dir nochmal Dings ähm baren dir Energie was brauche ich denn für die zuhause Schuhe? drei Fälle und zwei Seile glaube ich oder drei? was für Fälle? äh Hasen das kann ich dann zuhause sein das kann ich ja dann bei der Base machen ja wieso ist hier eine Klettermann? für was? haben wir da auch irgendwo ein Lagerfeuer? ja genau so dann hatten wir hm gut ich habe jetzt nicht halt nicht kalt weil ich habe mir jetzt den Dings angezogen ja ich auch aber ich brauche Essen ach so aber mit gar nichts mehr zu essen ich habe noch ein Fleisch ich meine jetzt haben wir hier kurz ein Lagerfeuer boah wie übel ist liegt denn hier alles? guck mal wie viele Köpfe das hier liegt das ist ja unnormal kannst du das Lagerfeuer anzünden? nee dann ist wahrscheinlich schon ein paar Fälle wow ja was ist das? ah das wird Lager ja hier geht es auch nochmal guck mal der Hauptsache einfach in dieser Schräge ich mache hier mal kurz so ein Bein ach ich habe noch zwei oh lol ah geil aber meine sehen schon ziemlich angeschimmelt aus ja ich glaube meine auch alter dieser Knochen der oben so raus guckt alter richtig wow alter es kommt hier alles runter oh geil hm lecker Beine darf ich zwei haben? darf ich zwei haben? ja ich habe zwei drauf gemacht ja drei für beide mir hat es nicht mal den Magen komplett voll gemacht was ist das denn? ja sodas alter wie geil wo? ah Leute du bist hier weiter gegangen wollen wir nicht hier rein? ja hier geht es auch noch weiter oh leute hä das sind ja so viele Höhen noch also geht es hier weiter wahrscheinlich nicht oder? ne hier geht es hier oder kann man hier taufen vielleicht? hier liegt noch viel Sodas im Wasser ja hier ist glaube ich sonst nichts wahrscheinlich nicht hier ist oh ne hier ist nichts mehr dann lass wo warst du hier? hier hinten? ja irgendwo da wo wir das Feuer hatten ah ja ich sehe es alter ich muss kurz metz können ok ok ne ich weiß nicht vielleicht ich hoffe wir kommen zum Bogen noch ich hoffe auch ich würde ihn jetzt endlich haben und wir sind relativ lang wir müssen gleich auch oder einfach kurz jetzt oh hier können wir wieder tauchen hä? ich check's nicht ah ne ich will nicht erstmal rüber oder? ich will nochmal gucken ja hier können wir tauchen hä? ja lol ich check's komplett nicht mehr ich bin so verwirrt Leute in der nächsten Folge verwirren wir uns weiter das war's mit dieser Folge The Forest schaut unbedingt bei Yitzgami vorbei oberster Link in der Videobeschreibung das war's mit dieser Folge The Forest bis zum nächsten Mal Leute Ciao! Ciao! Ciao!